Hallo und willkommen bei Chat Noir. Das ist ein Kanal für Spiritualität, Karten gegen Astrologie. Ich möchte mich zunächst mal bei allen Zuschauern bedanken, die mich dabei unterstützen, diesen Kanal aufzubauen. Ich bedanke mich für zahlreichen Abonnenten, ich bedanke mich für die vielen Likes und auch für die lieben Kommentare. Das ist natürlich eine tolle Unterstützung, diesen Kanal weiter aufzubauen und für mich eine Motivation weiterzumachen, weil es mir einfach auch das Gefühl gibt, dass ich mit diesen Legungen auf positive Resonanz stoße. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. So, wir haben jetzt Dezember 2020, das Jahr neigt sich dem Ende. Ich habe hier nochmal eine Legung für Widder gemacht. Das ist eine Kartenlegung für Liebe, Partnerschaft, Leidenschaft, Freundschaften, familiäre Angelegenheiten und allgemein Verbindungen, die euch, liebe Widder, derzeit sehr stark am Herzen liegen. Bitte schaut, ob die Legung auf euch passt, beziehungsweise auf eure Situation. Das ist eine Kollektivpflegung. Wenn es hier gar nicht passen sollte, könnt ihr alternativ, wenn ihr Lust habt, auch nochmal Videos zu eurem Aszendentenzeichen, Mond-Venus-Stellung euch anschauen, falls euch das aus eurem Horoskop bekannt sein sollte. Ja, ich starte immer hier rechts mit den Tarotkarten und ergänze dann links mit den Nenemannkarten. Ich beginne auch immer sehr gerne mit Monatsenergie, mit der Gesamtüberschrift, einfach um zu schauen, worum geht es hier überhaupt, was ist die Motivation, was ist der Kern, was ist die Wurzel der ganzen Angelegenheit. So, und dann beginnen wir schon mal mit der Königin der Kelche. Ja, die Königin der Kelche ist eine Person, die sehr liebevoll ist, vielleicht auch mütterlich. Ja, diese Person ist sehr, sehr herzlich. Ja, diese Person ist auch sehr gefühlvoll. Diese Person setzt sich auch sehr für andere ein. Ihr fühlt euch mit dieser Person sehr stark verbunden auf der emotionalen Ebene. Allerdings habt ihr das Gefühl, dass diese Person manchmal, und das stört euch wahrscheinlich auch, zu sehr nach Emotionen handelt, zu sehr emotional reagiert, vielleicht auch manchmal überreagiert, vielleicht auch manchmal zur Dramatik neigt. Und das könnte hier so ein Knackpunkt sein in eurer Verbindung, wo es euch schwerfällt, mit dieser Person zusammenzufinden. Ja, weil ihr das Gefühl habt, liebe Widder, diese Person ist einfach zu stark im Gefühl, übertreibt es manchmal. Ja, drauf geklärt habe ich Fünfter Münzen und Fünfter Stäbe. Bei den Münzen geht es um Stabilität, um Aufbau, sich irgendwie zusammenfinden, etwas aufbauen, eine Kontinuität erschaffen. Und bei Fünfter Münzen gelingt das einfach nicht. Oder zumindest eine der Parteien hat das Gefühl, das wird hier nichts. Man baut hier nichts zusammen auf. Hier könnte das Problem auch Zuverlässigkeit sein. Oder dass man sich überhaupt nicht in regelmäßigen Abständen sehen kann. Dass immer wieder große Pausen dazwischen sind. Ja, hier könnte es auch darum gehen, dass man vielleicht auch finanzielle Ressourcen nicht so richtig gerecht aufteilt. Ja, man zieht hier überhaupt nicht an einem Strang. Und mit Fünfter Stäbe geht es um Aktionismus oder Tätigkeitstrang oder geht es um eine Handlungsebene, die sehr widersprüchlich ist. Also wo zwei Menschen einfach ganz anders die Dinge betrachten und ganz anders an die Sache herangehen. Und die Stäbe sind ja auch Feuerenergie. Und da könnte es das Problem auch sein, dass hier zwei Parteien sehr feurig ihre Stellung, ihre Haltung vertreten. Und das könnte hier in eine Art Wettkampf münden, dass man ja vor lauter Debattieren, Diskutieren hier quasi schon einen Ringkampf führt. Wer ist hier der Stärkere oder wer hat hier Recht in der Angelegenheit? Wer kann sich hier durchsetzen? Und hier beides zusammengefasst bringt die ganze Geschichte an einen Punkt, wo es einfach nicht so weitergehen kann, weil es nichts bringt. So, wir schauen mal auf die Vergangenheit. Was war denn in der Vergangenheit bezüglich dieser Verbindung so los? Ja, da sind wir wieder in der Kelchenergie. Hier einmal der Ritter der Kelche und Sieben der Kelche. Ja, in der Vergangenheit bei Sieben der Kelche eine sehr starke Verwirrung, eine fehlende Transparenz der Gefühle. Man weiß nicht, was möchte der andere, was fühlt der andere? Hier ist ein Ritter unterwegs. Ja, hier müsste jemand sein Kelch überbringen und stößt hier auf eine Gegenpartei, die das gar nicht sehen kann, die das gar nicht erkennen möchte vielleicht auch. Also, dieser Ritter der Kelche stößt hier auf ein Gegenüber, was vielleicht auch mit ganz anderen Sachen abgelenkt ist und deswegen diesen Kelch gar nicht sehen kann. Ja. Hier drauf geklärt habe ich den König der Stäbe und den Gehängten. Im König der Stäbe sehe ich ganz eindeutig eure Energie, liebe Widder. Ihr wart hier in der Vergangenheit handlungsunfähig bezüglich dieser Verbindung. Also, ihr konntet diese Verbindung hier gar nicht vorwärts bringen. Ihr fühltet euch sozusagen auch handlungsunfähig, aus bestimmten Gründen, vielleicht auch durch äußere Umstände. Einige von euch haben diese Zeit auch genutzt, um vielleicht sich die Sache näher anzuschauen, die Dinge näher zu beleuchten, vielleicht auch sich in den anderen rein zu versetzen, vielleicht auch die Gesamtsituation zu überdenken. So, jetzt schaue ich mal auf die Gegenwart. Was ist jetzt so los bezüglich dieser Verbindung? Da haben wir zunächst mal hier die Welt. Also, mit der Welt schließt man mit etwas ab, mit einem Kapitel. Zumindest zeitweise möchte man hier wirklich das Buch zuklappen. Es ist auch eine große Arkane, da kommt man nicht drum herum. Ja, vielleicht ist es momentan an der Zeit, die Dinge einfach zu einem gewissen Abschluss zu bringen. Oder, ja, man ist hier aufgefordert, wirklich ein Kapitel zu beenden. Ja, warum, fragen sich hier manche. Zentral in der Mitte haben wir den Herrscher und das ist auch eure Energie, liebe Witter. Hier haben wir rechts den Tod, könnte für Skorpion-Sternzeichen stehen. Ihr habt, also viele Witter haben es eindeutig mit einer Wasserenergie zu tun. Vielleicht auch mit jemandem vom Sternzeichen Krebs, Fische, Skorpion. Skorpion hier ganz stark. Und hier haben wir einen Ritter der Stäbe. Ich würde das mal so deuten. Ja, also dieser Herrscher, ja, der ist in seiner Haltung, in seiner Meinung unverrückbar. Er möchte die Dinge bestimmen. Er hat einen gewissen Plan im Kopf. Er hat eine gewisse Struktur im Kopf. Ja, beim Herrscher geht es auch um feste Strukturen. Strukturen auch bewahren, Strukturen beschützen. Und hier kommt nun dieser Ritter der Stäbe auf diesen Herrscher zu. Und dieser Ritter der Stäbe, der möchte diesen Herrscher zu irgendetwas auffordern, motivieren, ihm eine Idee vielleicht auch rüberbringen, ihn auffordern. Komm mit, ich will dir was zeigen. Lass uns hier irgendwas machen. Und dieser Herrscher, ich glaube, der möchte das nicht. Ich glaube, dieser Herrscher nimmt diesen Ritter der Stäbe gar nicht so richtig für voll. Und deswegen gibt es auch einen Stillstand. Hier endet auch der Aktionismus dieses Ritter der Stäbe. Dieser Ritter der Stäbe hat eine Zeit lang versucht, dem Herrscher hier etwas zu zeigen, etwas aufzuzeigen, etwas zu motivieren. Das hat nicht so richtig geklappt, glaube ich. Und deswegen gibt dieser Ritter der Stäbe jetzt auf. Er möchte das Ganze ruhen lassen. Und deswegen wahrscheinlich auch die Weltkarte etwas ruhen lassen, etwas beenden. So, jetzt schaue ich mal direkt auf euch, liebe Widder. Wie fühlt ihr euch in der Situation? Ja, wie zeigt ihr euch nach außen? Was sind so eure Gedanken? Wofür engagiert ihr euch so? Und da haben wir hier den König der Münzen und das Ast der Stäbe. Also, liebe Widder, ihr seid momentan hier in dieser Position des Königs der Münzen. Ihr seid momentan sehr stark auf euch fokussiert, dass ihr sozusagen eure Sachen absichert. Es geht sehr stark um Sicherheit, um Stabilität, um Stabilisierung, vielleicht auch Ressourcen anhäufen. Ihr wollt euch momentan in eurer persönlichen Situation sicher und stabil fühlen. Das ist momentan eure Priorität. Ich spüre auch beim König der Münzen eine gewisse Langsamkeit, eine gewisse Ruhe, die aber fast schon zu ruhig ist. Es ist irgendwie schon fast zu ruhig. Und ihr seht hier dieses Ast der Stäbe, was euch hier gereicht wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr momentan so wirklich daran interessiert seid. Ja, ihr guckt hier schon auf dieses Ast der Stäbe, auf irgendeine Chance, auf irgendeine Idee. Aber ich weiß nicht, ob ihr das machen wollt. Bin mir da nicht so sicher. So, hier drauf geklärt habe ich drei der Stäbe, vier der Stäbe und den Ritter der Münzen. Ja, hier kommt ein Ritter der Münzen auf euch zu, mit einer Münze. Der müsst auch das gleiche aufbauen. Ja, der will hier auch Stabilität. Hier gibt es einen gewissen Plan, ja. Gewisse Pläne werden hier gemacht für eine Partnerschaft, für eine Beziehung. Hier, man müsste hier mit einem gewissen Plan, mit einer gewissen Vision diese vier Stäbe aufbauen. Das alles aber in einem sehr gemächlichen Tempo. Das sollte alles von Stabilität getragen sein. Ich sehe aber auch dahinter eine gewisse, dass gewisse Sachen hier auch beschützt oder abgewehrt werden. Hier wird auch etwas abgewehrt. Hier dient auch etwas zum Schutz. Vielleicht gehen hier auch einige Widder in eine gewisse Abwehrhaltung, um hier diese vier der Stäbe zu beschützen oder zu bewahren. Wir schauen mal auf das Gegenüber. Was ist mit dem Gegenüber los? Wie zeigt sich das Gegenüber nach außen? Sieben der Münzen. Wir hatten hier oben auch in der Vergangenheit diese sieben Kelche, diese fehlende Transparenz, Verunsicherung oder auch Verklärung. Das Gegenüber hat, was Münzen, was Stabilität anbetrifft, nicht das gleiche im Sinn wie ihr. Also das Gegenüber hat das Gefühl, es kann hier nichts weiter Festes mit euch aufbauen, weil das Gegenüber das Gefühl hat, die Bemühungen in der Vergangenheit, hier Münzartig etwas Stabiles mit euch aufzubauen, hat für das Gegenüber nicht die Früchte getragen, die es sich gewünscht hat. Ja, also das Gegenüber hat das Gefühl, dass seine Bemühungen nicht zielführend waren. Und deswegen fühlt sich das Gegenüber hier auch, was Stabilität anbetrifft, auch nicht besonders bestätigt. So, hier drauf geklärt habe ich zwei der Schwerter und die Königin der Stäbe. Euer Gegenüber ist hier in dieser Königin der Stäbe-Energie und das Gegenüber ist momentan sehr von sich überzeugt. Das Gegenüber ist momentan auch sehr feurig, ja sehr, sehr feurig. Ähm, das Gegenüber ist hier von irgendeiner Idee, von irgendeiner Haltung sehr stark überzeugt, ja. Und deswegen zweifelt das Gegenüber, ob das hier mit euch weitergeht und in welche Richtung. Das Gegenüber ist hier sehr stark in dieser Stab-Energie und gleichzeitig auch sehr stark in dieser Schwerter-Energie. sehr feurig und gleichzeitig auch sehr im Kopf. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Gegenüber, wenn es hier um geistige Werte, um Ideen geht, ja, um sachliche Zusammenhänge, um... Und wenn es hier um Sachlichkeit geht, also irgendwie hat das Gegenüber hier eine andere Meinung über gewisse Dinge. Und ist davon auch sehr stark überzeugt. Und weil ihr anscheinend eine andere Meinung seid, führt das hier zu diesem Zweiter-Schwerter-Konflikt, ja. Ich schaue mal, wie das hier weitergehen könnte mit euch, perspektivisch. Zweiter-Schwerter, ja, so geht es hier weiter mit Zweiter-Schwerter. Zweiter-Schwerter, ja, sehr unentschlossen, sehr stark im Kopf. Man hat, äh, das Wasser, die Gefühle sozusagen, äh, im Rücken. Man hat den Gefühlen den Rücken gekehrt. Man ist nur noch sehr stark im Kopf. Man, äh, man, äh, man, äh, man kann auch nichts mehr so richtig erkennen. Hier, diese Frau trägt eine Augenbinde. Ähm, die verschränkten Arme vor der Brust sind auch eine gewisse Abwehrhaltung. Ja, man ist hier sehr unentschlossen, wie es weitergehen kann. Man ist sehr stark im Kopf. Man zweifelt auch sehr stark, ähm, wie man hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. So, hier drauf geklärt habe ich Sechster-Stäbe, die Königin der Kelche und Vierder-Schwerter. Ja, hier haben wir nochmal diese Königin der Kelche, wie ich eingangs meinte. Es geht hier sehr stark um die Königin der Kelche. Eine Person, ja, die eigentlich im Kern sehr liebenswürdig, sehr warmherzig, sehr großzügig ist, ja. Diese Person ist aber momentan sehr stark in dieser Stäbe, in dieser Feuerenergie drin. Also diese Person ist momentan sehr leidenschaftlich für irgendeine Sache, auf irgendeine Sache forciert, auf irgendeine Sache fokussiert. Äh, diese Königin der Kelche ist sehr stark überzeugt, dass mit dem, also diese Königin der Kelche hat hier für irgendetwas Feuer gefangen. Ja, diese, das ist hier Wasser, das ist hier Feuerenergie und beides zusammen ist sehr viel Leidenschaft. Da hat man Leidenschaft für irgendeine bestimmte Sache. Und, ja, diese Königin der Kelche ist total von sich überzeugt, dass sie mit dieser Idee, mit diesem Aktionismus richtig liegt. Ja, weil hier haben wir diese Siegerpose. Also, und, ähm, wenn ihr, liebe Widder, dann nicht mitzieht, was passiert dann? Dann zieht sich diese Königin der Kelche zurück von euch. Dann gibt's eine Ruhephase. Dann gibt's einen Stillstand, ja. Und, wenn ihr dann diese Königin der Kelche aus diesem Zustand, ähm, ja, der Abstinenz oder der Ruhephase oder, ne, wenn diese Person sich von euch zurückzieht und ihr versucht, diese Person da rauszuziehen aus diesem Rückzug, kann es passieren, dass es in einen Konflikt mündet. Also, die Königin der Kelche ist momentan extrem unter Feuer und Feier, ja, die brennt regelrecht. Und, ähm, wenn ihr die irgendwie intellektuell herausfordert oder, ähm, hier es irgendwie auf einen Streit ankommen lasst, wird's auch richtig Streit geben. Aber vielleicht ist das ja auch manchmal wichtig, um die Luft zu reinigen. Manchmal, ja, ist auch ein Konflikt, äh, nicht ganz so schlecht. Es, ähm, klärt dann manchmal sozusagen die Positionen. Ja. Aber ihr wird da, seid da immer sehr, ihr seid da sowieso vom Feuer regiert, ja, von den Stäben. Ähm, also, hier ein bisschen streiten und diskutieren, da habt ihr gar keine Angst vor. Herausforderungen gibt ihr ja bekanntlich. Deswegen mag ich auch die Wetter. Ich hab übrigens auch sehr viel Feuer im Horoskop. Okay, dann schauen wir nochmal hier rüber auf die Lenormon-Karten. Ja. So, nach hier oben in der Ecke haben wir das Herz, ja, die Gefühle, die Leidenschaft. Äh, daneben haben wir diesen Berg, ja, auf der Herzebene, die Herzangelegenheiten sind blockiert. Ja, hier ist der Berg davor, könnte hier auch eine Verschließung, für eine Verschließung des Herzens stehen, ja, Herzchakra, hier irgendwie blockiert. Ähm, hier oben haben wir die Mäuseeingangs, ja, für, was für einen gewissen Verlust stehen kann. Ähm, auch für gewisse Zweifel oder auch für eine gewisse Gleichgültigkeit. Hier haben wir einen Hund. Der Hund steht für eine Person, die ihr schon lange kennt. Der Hund könnte für eine Person stehen, für einen Arbeitskollegen, für jemanden aus dem Freundeskreis, jemanden, den ihr schon länger kennt. Oder es ist eine Person, der ihr eigentlich vertraut. Diese Person hat sich eigentlich bisher oder in der Vergangenheit sehr loyal gezeigt. Aber diese Person scheint momentan eine Entscheidung zu fällen oder eine Entscheidung getroffen zu haben. Ähm, diese Person ist momentan, was Herzensangelegenheiten anbetrifft, auch sehr gleichgültig, ja. Ähm, wenn es hier Blockaden gibt zwischen euch, diese Person ist momentan etwas gleichgültig dem aufgestellt. Ähm, mit gleichgültig meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt hier dauerhaft ein Dauerzustand sein soll. Aber diese Person ist momentan nicht so auf Herzensangelegenheiten fokussiert. Ja, diese Person ist auch momentan irgendwie unter Dampf, kann auch gereizt sein. Gereizt sein bedeuten, diese Person ist momentan irgendwie unter Dampf, ist sehr on fire und durchaus auch bereit, im Notfall die Harmonie aufs Spiel zu setzen, ja. Wenn es sein muss. Hier zentral in der Mitte, entschuldigung meine Nase, zentral in der Mitte, die Maske. Also irgendjemand trägt hier eine Maske, irgendetwas läuft nicht ganz sauber. Irgendjemand trägt hier eine Maske oder du lieber wieder kannst etwas nicht durchschauen. Ja, du kannst hier gewisse Zusammenhänge nicht durchschauen. Und diese Maske liegt hier auf der Achse vom Herzen und von der Sense. Ja, das Herz, die Gefühle und hier die Sense, auch irgendwo eine gewisse Spannung, eine gewisse Gefahr, ein gewisses Streitpotenzial oder überraschende Entwicklungen, mit denen keiner rechnet. Hier diese Maske, irgendetwas wird nicht erkannt. Und vielleicht deswegen diese Blockade, ja. Naja, hier unten haben wir den Mond, das Klee und die Lilien, ja, hier noch verlängert auf der Achse mit dem Herz. Ja, ihr seid hier aber trotzdem nicht zu erschüttern, liebe Widder. Ich glaube, ihr haltet hier trotzdem fest an dem Positiven. Ihr fokussiert euch auch sehr stark auf das Positive. Ihr versucht da intuitiv, ja, in das Gute, in die positive Energie reinzugehen, um das alles hier richtig zu handeln. Ja, Jahresabschluss hier mit dem Mond, mit dem Klee und mit der Lilie. Finde ich sehr gut. Ja, ihr schaut hier auf das Positive. Positives Denken ist hier auf jeden Fall sehr gut. Okay. Das war es auch schon von meiner Seite. Ja. Liebe Widder. Ich wünsche euch alles, alles Liebe für den letzten Monat im Jahr. Ja, viel Erfolg, viel Gesundheit und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.